Herzlich willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast, dieser kleinen News-Ausgabe. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das Ganze ja bereits. Heute sprechen wir ein wenig über Conor McGregor und Dustin Poirier, denn die beiden liefern sich einen handfesten Twitter-Beef. Schöner kann es ja fast gar nicht sein. Dustin Poirier warf Conor McGregor vor. Hey, du hast gesagt, du spendest 500.000 an meine Wohltätigkeitsorganisation. Wo ist das Geld geblieben? Und Conor McGregor hat geschrieben, hey, das sollte eine Spende werden. Das sind keine Schulden, die ich bei dir habe. Du hast mir nicht gesagt, wo das Geld hingeht, also hast du auch noch nichts bekommen. Ich prüfe immer, wo das Geld hingeht, denn ansonsten geht das Geld flöten, wie so oft leider. Daraufhin schrieb Poirier, dreimal hat sich mein Team bei dir gemeldet. Es ist nichts passiert. Du hast uns ignoriert, dein Team hat uns ignoriert und dann wollten wir auch nicht mehr hinterherrennen. Boom. Und dann hat Conor McGregor losgelegt, hat gesagt, hey, vergiss es, dieser Kampf findet nicht statt. Mein Team prüft sowas immer sehr genau und hat noch wilde Beleidigungen hinterhergeworfen. Aber das Größte war wohl, dass Conor McGregor tatsächlich gesagt hat, dieser Kampf findet nicht statt. Später sagte Conor McGregor dann ein bisschen was anderes. Dann hat er das dem Poirier gedroht, hat gesagt, hey, pass auf, wegen dieser Aussage wirst du bezahlen. Du wirst deinen Kopf dafür hinhalten müssen. Wir werden uns sehen. Du bist am Arsch. McGregor sagte also, Poirier ist am Arsch. McGregor hat den Kampf abgesagt, dann doch nicht. Also ein kleines Hin und Her. Jetzt gibt es aktuell nichts Neues. Aber jetzt gibt es natürlich viele Fans, auch in den USA, die sagen Promo, Promo, Promo. Und ich persönlich glaube auf der einen Seite, ja, das ist durchaus Promo. Natürlich will McGregor da Werbung für sich machen, weil er bekommt ja die meisten Pay-Per-View-Points, nehme ich mal an. Also McGregor bekommt vermutlich die besten Anteile an den UFC-Pay-Per-Views. Und natürlich will er, dass dieser UFC-Pay-Per-View, McGregor vs. Poirier 3, gut verkauft wird. Gar keine Frage. Aber, wo ich klar sagen muss, nein, das stimmt nicht, ist bei den Aussagen, dass die Leute sagen, McGregor und Poirier machen hier gemeinsame Sache. Das glaube ich nicht. Ich denke, Poirier selbst hat sich nicht unbedingt einen Gefallen damit getan, zu sagen, hey, wo bleibt deine Spende? Du hast mir doch dieses Geld versprochen, weil, ja, gehört sich nicht wirklich, so öffentlich nach dieser Spende zu fragen. Ähm, also Poirier hat sich damit nicht unbedingt einen Gefallen getan und McGregor hat ja damit schon zweimal keinen Gefallen getan. Deshalb ist McGregor da natürlich auch so ausgeflippt auf Twitter. Bedeutet, McGregor macht hier Promo, ja, aber keine gemeinsame Promo. McGregor will hier nichts Gutes für Poirier tun. Und ich bin mir sicher, hätte McGregor keine Unterschrift draufgesetzt, wäre nicht jetzt die Tinte schon getrocknet von dem Vertrag, McGregor vs. Poirier 3, dann hätten wir den Kampf nicht gesehen. McGregor hätte gesagt, hey, Dana, lass mich doch lieber gegen Justin Gaethje kämpfen. Und Dana hätte sofort ja gesagt. McGregor hätte gegen egal wen kämpfen können. Außer Diego Sanchez, das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Da hat Dana White ja gescherzt. Wenn wir dich gegen Diego Sanchez kämpfen lassen, verlieren wir unsere Promoterlizenz. Wie dem auch sei. Ein kleiner Twitter-Weef zwischen den beiden. Ich denke, ja, Promo, aber keine gemeinsame Promo, sondern McGregor macht hier auf eigene Fauchs Werbung für sich und will das dem Poirier schaden. Poirier wollte auch Conor schaden. Das ist keine gemeinsame Sache. Und wie schätzt ihr das ein? Schreibt es mir unten rein, lasst einen Daumen nach oben da, folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.